Mein schönstes Erlebnis, das war eigentlich der erste Arbeitstag, nachdem ich die Prüfung bestanden habe und wirklich alleine unterwegs war. Man fühlte sich zwar noch total ein bisschen unsicher, etwas komisch, aber drei, vier Fahrgäste später war die Welt wieder in Ordnung. So, jetzt habe ich die Prüfung und die Prüfung.